Moin moin, liebe Freunde, da sind wir wieder. Heute geht's gegen, lass mich gucken, SSC Freiburg. Wir sind in der Startaufstellung, linkes Mittelfeld und im Estadio del Nuevo Triunfo, natürlich, wo sonst. Und ja, letztes Mal haben wir 0-0 gespielt und das war natürlich nicht sehr befriedigend, aber dafür haben wir gegen Mainz gewonnen, wo ich nicht mit dabei war. Das ist auch sehr lustig. Okay, erstmal hier auf der Seite. Raus, Torwart, sehr gut. Okay, jetzt vielleicht anbieten. Ja, hier, ich stehe frei. Wenn du noch länger wartest, ist hier alles wieder dicht. Ja, hier ist wieder alles dicht. Oh Mann, da war ich fast dran. Das war fast gut. Okay, ab nach vorne. Genau, jetzt lauf aus. Oder auch nicht. Er weiß nicht, was er vorhat. Ja, es war einfach mal Schuss da rauf. War zwar richtig kläglich und schwach, aber Hauptsache für die Statistik schon mal ein Schüsschen riskierend. Durchgekommen wäre ich 0,0. Wahrscheinlich habe ich auch nicht gesehen, dass da vielleicht jemand anderes sich angeboten hat. Ah, da wollte ich gerade mich durchtanken. Geh weg, das ist meiner. Ah, wir haben ein Wurf, okay. Jetzt hier rüber. Rüber, rüber, rüber. Den hole ich mir, den hole ich mir. Das ist meiner. Ginter. Falscher Knopf. Verdammt. Da war ich gerade durch. Und dann wird er da gelegt. Leider äh, kommt der Pass da nicht mehr an. Den er wahrscheinlich auch nicht gespielt hätte. So, jetzt aber. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Flanke. Jetzt passt doch irgendwo hin. Oh, was machen die denn da? Meine Güte. Ja, da ist schon wieder alles vorbei. Das darf doch nicht so torlos immer ausgehen. Torwart. Oder Innenverteidiger. So, jetzt. Irgendwas bitte machen. Irgendwas Sinnvolles. Ja. Nein, nein, nein. Org. Da war ich gerade dabei, das vorzubereiten. Dann kann ich natürlich nicht schnell genug mehr darüber laufen. Schönen. 1 zu 0. Da freuen sie sich. Supi. Na, wie ist es etwas? Ich hoffe, er heißt es wirklich so. Kuemaha. Sehr schön. Inui. Der Spritzer. Äh, der, 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 der schnelle Flitzer. Da sehen wir es. Ich wäre auch fast noch reingekommen. Ja, fast zwei Meter daneben. Ja, trotzdem sehr schön. 1 zu 0. Führung für uns. Inui schießt da. Gibt die Flagge rüber und. Pam. Haut er gut rein, das Ding. Und ich bin schon wieder erschöpft. Ich brauche auch mehr Ausdauer. 1 zu 1. Sehr gut. 0 zu 1 für unseren Verein. Da starten wir gleich mal die zweite Halbzeit. So, warm machen. Nur mal kurz durchrennen. Alle strecken. Damit werde ich natürlich nicht mehr noch the match. Aber, äh. Trotzdem können wir ganz gut fröhlich und stolz sein auf diese Leistung. Aber die Laufwege hier sind auch echt miserabel. Irgendwie gefällt mir das total nicht. Och. Ecke wieder. Und Ecke, das ist ja unsere Spezialität. Fast. Fast unsere Spezialität. Jetzt bin ich da krass im Abseits. Aber das können wir jetzt hier aufheben. Schnell passen. Schnell passen. So, ich werde da gedeckt von zwei Mann. Jetzt hier. Hier, 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 hier. Ah. Foul. Ja, ja. Na gut. Und. Ah. Mann. Ich bin, ich immer, ich bin immer zu weit weg von der richtigen Stelle immer. Wo der Ball hinkommt. Ich, ich krieg's irgendwie nicht, nicht hin. Oh, Inui wär da ganz gut gewesen. Aber der Verteidiger hat gut aufgepasst. Jetzt aufpassen da hinten. Das ist deiner. Den hast du. Jetzt über, äh, außen. Jetzt hier. Einfach mal schicken. Wieso klappt das denn nicht? Wieso reagieren die oft gar nichts? Puh. Ich dachte erst, das bin ich. Aber wir haben da ja so ähnliche Spieler. Ja, schön. Genau das wollte ich auch vorhin sehen. Aber da wird ja nicht irgendwie so richtig drauf reagiert. Das heißt, jetzt gibt's hier nochmal Ecke. So, jetzt hier. Ha. Ha. Oh. Ich wär da gewesen. Ich wär da gewesen. Wenn er den abprallen hätte lassen. Schade eigentlich. Und nochmal. Also, gut ist es, dass unser Team ja führt. Nicht so gut ist es, dass wir, äh, nicht durch mich führen. Aber wir wollen ja kein Ego sein. Oh, Mist. Ja, da kommt man nicht ran. Das ist doch echt schwierig, sich hier durchzusetzen. Wir sind ja auch kein Stürmer, aber trotzdem. Nein, nein. Och. Ja. Mist. Also, die Chance hätte ich nutzen müssen. Hat also nicht geklappt. Jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Irgendwie. Oh, drin. Schön. Mal wieder nicht ich. Aber ich hab den Strafo mit aufgemischt. Eindeutig. Ich hab da so ein bisschen die Spiele abgelenkt. Zweites Tor heute. Der ist auf jeden Fall Man of the Match. Das kann man nicht anders sagen. Hat er schön abgestaubt. Flanke. Ja, einfach abgezogen. Das war, äh, frech. Aber, äh, steht 2 zu 0. Und damit sind wir unserem Schritt näher Richtung, äh, Meisterschaft. Darüber, das kann man ja nicht sich vorstellen, dass man da gleich Meister wird. Ja. Sehr gut. Und jetzt musst du noch einen gerne mitlaufen. Nein. Kommt nicht an. Schade. Wär ja nochmal schön gewesen, wenn ich hier noch was hätte vorbereiten können. Na, wie ist es? Kann ich eine Flanke schlagen. Aber eindeutig bin ich nicht Man of the Match. Äh, Inui ist Man of the Match. Das für... Hat er so viel vorbereitet? Äh, Statistik. Äh, Tore. Okay. Inui. Und, äh, Inui. Beim zweiten auch. Okay. Interessant. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht, wie hier hinter... Im Hintergrund der Staubsauger durchfegt, weil das ist gerade sehr passend. Naja, egal. Ähm. 2 zu 0. Wir sind weiterhin auf dem elften Platz. Haben noch... Meine Güte. Ähm. Haben noch vier... Sieben Punkte bis zum sechsten vor uns. Und ich bin jetzt nur noch Platz zwei auf dem linken Mittelfeld. Boah. Der Schwan von Utrecht. Sie haben einen neuen Spitznall. Der Schwan von Utrecht. Äh. Nürnberg ist unser nächster Gegner. Da wollen wir mal gucken. Mal sehen, ob ich da berücksichtigt werde. Oder er ist gegen Zenit. Heute spielt es den Wettbewerb. Stadt elf. Sehr gut. Ähm. Ja, Teamwork steigt auch ganz gut. Zwar nicht sooo gut, aber naja. Wir haben bisher, ähm, 15 Spiele gespielt. Tore geschossen vier und Vorlagen zwei. Ist... Äh, okay. Der Joker, der lernt noch. Vielleicht ist er ja bald durch und dann... Das wäre schon richtig cool, wenn wir den hätten. Ähm. Dann können wir uns vielleicht eine neue Fähigkeit irgendwie besorgen. Weiß ich nicht genau. Aber... Jetzt bringt es der Joker auch total gar nichts. Vielleicht hätte ich mich da auf was anderes, ähm, spezialisieren sollen. Wie dem auch sei, wir sehen uns als nächstes gegen... den 1. FC Nürnberg. Macht's gut. Tschüssi, Koski. Tschüssi. Tschüssi.